Da musst du dann Rails draus bauen. Und Uhren. Ja, die Uhren, die konntest du immer draus bauen, aber ich mein, das ist das unwichtigste Teil in Minecraft. Der Redstar nicht. Ja, Redstar nicht, aber Uhren halt. Mhm. Also Leute, ich bin ein bisschen schisser, ich weiß, aber ich baue mir hier lieber alles zu, bevor gleich wieder so ein dummer Creeper kommt und uns hier weg sprengt. Das haben wir jetzt zu oft gehabt und wir haben keine Lust, ständig den TP-Befehl zu machen. Boah, ist hier obsidian. Ja. Und ich höre, oh, da hinten ist ein Creeper. Ich seh das. Aber der ist auf der anderen Seite von der Dingens. Wie steht das eigentlich mit Futter? Haben wir noch genug. Ich hab noch. Guck mal, dass hier keiner mich stötet. Ich halte, ich bin dein Schutzengel, weißt du doch. Wir sind jetzt auf Ebene 11. Okay. Dabei ist, wir müssten eigentlich hier auch mal Diamanten finden können. Oh, Zombie. Ja, Zombie ist pengen. Komm, knock's back. War tot. Du oder Zombie. Ja, Zombie. Oh. Das wäre ja eine Nachricht eingefügt worden. Creeper, komm, Creepy, Creepy, Creepy. Komm, Creepy, Creepy, Creepy. Sind die immer noch so dämlich? Zwei Creeper. Guck mal hier, guck mal her. Guck mal her. Hugo und Egon. Hallo. Hugo und Egon. Ich lass die mal hier rüber. Ich baue denen mal eine Brücke. Nein. Freie Rechte für Creeper. Ich glaube, die Creeper sind gerade doof geworden. Ja. Ja, die wird ja erst geändert jetzt in 1.2. Da kriegen die ja mehr Gehirn. Und Erzfeinde. Ja? Katzen. Ach ja. Ich frag mich, wie die das einsetzen wollen. Katzen gab es früher nur in dem Most Creatures Mod. Ja, ja, aber die Katzen kommen jetzt. Und auf jeden Fall soll das so sein, dass die Creeper Angst vor den Katzen haben und die sich immer einen Sicherheitsabstand zu diesen Katzen halten. Ich glaube, ich sollte mal die normale Dingens dafür nutzen. Oh, hier ist schon wieder eine Höhle hinter. Boah. Eine Höhle in Höhle. Eine Höhle in Höhle in Höhle. Creeper, Creeper, Creeper und auf dem Weg zu uns. Wo? Knockback. Bam. Wenn du jetzt noch einen Knockback machst, ist das Ding in einer Lama. Leider nicht. Geh weg. Ich hab so Schiss, dass der gerade hochgeht. Und vor allem hier auf solchen Ebenen. Tod, Tod, Tod. Ja, hier runter kommen wir nicht mehr so schnell. Ah, da hinten sehe ich noch Redstone. Boah, das ist gerade nicht schön mit dem ganzen Geruckel hier. Ich glaube, ich muss ohne Textureback zocken. Oh. Autsch. Ich weiß nicht, was gerade los ist mit meinem ganzen Geruckel. Ich hab jetzt auch nicht so viel auf. Vorhin ging das definitiv besser. So. Hm. Oh, ich hab' ich ja schon wieder. So. Was? Sei mal mein Schutzengel. Jo. So, die Frage ist, sollen wir uns eigentlich später noch eine Monsterfalle bauen oder so? Wenn wir Verzauberungen machen wollen, auf jeden Fall, ne? Come on. Ach, du meinst so eine... Ja, nee, das ist ja eine EP-Farm. Ach so, Monsterfarm, so meinst du. Monsterfalle. Ah. So ein Ding, was dauerhaft die Monster platt macht. Hm. Weißt du? Weiß ich. Oh, da ist noch Lapis. Aber wenigstens haben wir die Scheiße rausgemacht, dass man so gar nicht mehr gucken kann auf den niedrigen Ebenen. Hm. Hm. Das war ja eine ganze Zeit lang. So. Du hast nicht zufällig einen Eisenbarren im Inventar, ne? Äh, nee, nur sieben. Schade. Warum, was brauchst du denn? Hast du jetzt erst verstanden? Ja. Warum, was brauchst du denn? Ein Feuerzeug, wenn mir so ein Creeper hinterherläuft, ich den anzüllen kann. Super. Ach, ich hab noch einen richtig guten Gaming-Tipp. Leute, nehmt euch einen Mallorca-Strohhalm, eine 1,5-Liter-Flasche, steckt den Mallorca-Strohhalm in die 1,5-Liter-Flasche, stellt die neben euch und schon habt ihr die Hände frei zum Zocken und könnt trotzdem trinken. Das machst du gerade die ganze Zeit, ne? Ja, sicher. Das war wieder klar. Oh, da, ganz viel Redstone. Wir brauchen Redstone, dringend. Dann kann ich viel mit Schaltungen rum experimentieren. Ja, unser Schaltungsexperte. Ob das gut kommt? Mein Engel, guck mal hier, dass da jetzt nichts kommt. Ich bin weder dein Engel, ich bin dein Schutzengel. Ja, das ist doch gleiche. Ne, dein Engel ist, weiß ich nicht. Meine Frau. Ah, ich wusste nicht, ob die anderen wissen, dass du verheiratet bist. Das hab ich schon mal erwähnt, auch da ich eine Tochter hab. Äh, das find ich jetzt gar nicht mehr so schlimm. Die können auch meinetwegen meinen richtigen Namen wissen, da hab ich jetzt auch kein Problem mit. Den hab ich schon einmal erwähnt, falls es dir nicht aufgefallen ist. Christian. Ich mein, das kann man ja von Kirschi doch relativ leicht ableiten. Meistens. Ja, aber viele nennen mich auch sowieso Chris. Der Chris, ja. Manche nennen mich auch A. Jo, gibt ganz viele Namen für mich, die ich aber auch ganz viele nicht lustig finde. So, jetzt muss ich erstmal die Lava noch ein bisschen abstoppen. Sonst hab ich nämlich gleich Lava. Diamant, Diamant, Diamant. Ja? Ich komm, ey. Ich hol mir erstmal Redstone hier. Wie lang zocken wir eigentlich schon? Und ihr habt wie viel Diamant? Zwei. Ja, ich vier. Ja, wer weiß, was dahinter ist. Schneeball? Mach mal da, also wo denn? Mach mal da, mach mal Wasserstopp. Mach mal Wasserstopp. Oh. Oh, drei. Oh. Vier. Oh, ich hab sogar gerade eine Heldentat verbracht. Fünf. Jetzt geht's aber ab hier. Boom. Und Gold. Ja, boom, genau. Jetzt sind alles weg. Ich glaub, wir werden auch nicht aus dieser Höhle raussuchen. Ich glaub, wir werden einfach ganz böse schicken. Der Fado will uns gleich teleportieren. Wir teleportieren uns auch selber. Geht auch. Ach ja, ist der Fado denn am Haus? Ja. Ich mein, vom Fado sieht man nämlich gar nichts. Von dem hört man auch nichts die ganze Zeit nicht. Was macht der eigentlich? Hören tut man den schon zwischendurch. Ach, ihr seht das schon, wenn ihr hier seid, ähm, ja. Das ist wahrscheinlich eine Überraschung. Wahrscheinlich steht dann unser ganzes Haus schon und so. Oh, ja. Oh, Redstone. Hast du mir gar nicht Bescheid gesagt, dass hier noch mehr Redstone ist? Doch, hab ich dir gerade gesagt. Oh, weißt du nicht, wie viel Redstone ich jetzt schon hab? Schon fast zwei Stacks Redstone. Ja, fett. Aber damit können wir gleich erstmal Pisten bauen und alles. Dann müssen wir nur noch so Slimes finden. Oh, hier ist alles voller Kohle, Eisen und Diamanten. Diamanten? Wo? Äh, nein, Kohle, Eisen und Redstone. Diamanten sag ich sofort Bescheid. Na ja. Das kennen wir. Das kennen wir. Zack, 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 zack. Oh, das wird lustig. Jetzt müssen wir nur noch Slimes haben, Leute. Oh, das wär cool. Ja, im Nachhinein kann ich den Slime-Finder, den Slime-Chunk-Finder mal anschmeißen. Weil das ist ja mit in der Minimap. Oh, hier ist noch mehr Eisen. Eisen darfst du abbauen. Das ist mir die Spitzhacke für zu schade. Ah, dankeschön. Ja, ich hab Eisenspitzhacke und meine Steinspitzhacke ist gerade kaputt gegangen. Ich guck gerade, ob ich hier Diamanten finde. Das Redstone. Ah, hier geht's wieder hoch. Ne, hier ist Ende. Redstone. So. Ich hoffe, den Zuschauern wird das nicht zu langweilig. Weil viele, sie wollen ja meistens sehen, dass man irgendwie stirbt. Weil wir beim Jay ja schon ein paar Mal gesehen haben. No, ho, ho, ho. Und, äh, oder ob man, ob man baut. Jay wird hier noch ein Feldzug gegen alle Kreaturen eines Nachts führen. In kompletter Eisenmontur. Ich glaub, wir geben dir als erstes mal die Eisenmontur, damit du nicht ganz so oft stirbst. Ja, das hörte ich auch sagen. Ey, sag mal so. Man ist ja fast unbesiegbar, wenn man Eisen hat in Minecraft. Sag der Typ, der den ganzen Tag im Haus sitzt. Ja, bring mir meine Melonen und dann komm ich raus. Du weißt schon, dass die Melonen seit einem bestimmten Update nur noch ein einziges Essen geben, ne? Ah, echt? Ja. Du hast mir mein Leben zerstört mit dieser Aussage. Ich töte mich. Das ist ja die Wahrheit. Ich töte mich. Aber wir lohnen uns trotzdem. Bring schon einiges. Oh, ich werde nicht sagen. Ich warte da drauf, dass hinter mir gleich ein Creeper explodiert. Ja, ich wäre eh langsam der Meinung, dass er wieder mal zu mir kommt. Ich bin so alleine hier. Am meisten haben wir jetzt noch 33 Minuten und dann müssen wir auch die Aufnahmen beenden. Ja, wir haben hier noch ein bisschen was. Wir sind immer noch auf Höhe 16 und 15. So, okay. Hier ist Ende. Ich hole mir jetzt noch das restliche Eisen hier raus. Jetzt scheißen wir auf die und dann porten wir uns gleich. Wir wissen ja ungefähr, wo die ist, die Höhle. Ja. Nächstes Mal gehen wir auf jeden Fall mit fünf Eimern hier runter und holen uns erstmal Lava. Ja. Also, Porten, sagst du? Äh, ja, noch nicht ganz. Lassen wir mal eben hier noch die Kohle und alles abbauen. Die brauchen wir ja auch. Kohle ist so mit das wichtigste Material in ganz Minecraft. Auch wenn man da, wenn die ganzen Welten immer total vollgeschissen sind. Als ob hier so eine riesen Kreatur hingegangen ist, einen Haufen abgelegt hat und daraus dann Kohle geworden ist. Äh, kennst du dich so ein bisschen in Evolutionsbiologie aus, Christian? Ja. In diesem Fall. Ein bisschen, aber du kannst es ja mal für andere Leute sagen. Ich meine, du bist der, der hier wahrscheinlich am meisten ist. Ist entstanden. Als Bäume in Sumpfgebieten versunken sind und dann unter Abschluss von Sauerstoff, glaube ich, verrottet sind. Ich töte mich gleich, ey. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja, doch. Ich glaube, so weit hatte ich auch mal in Biologie oder so. Ja, da werden bestimmt hier 10.000 Kommentare kommen. Nee, das ist ganz anders. Ich habe nur 20 Abonnenten. Ich glaube, da kommen nicht ganz so viele Kommentare. Wart mal ab. Jetzt bin ich ja auch betroffen. Ja, und Fadolin auch. Hier ist Gold, 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 hier ist Gold. Ja, mal ganz ruhig. Ja, kommt doch mal endlich, ey. Da hinten ist noch Redstone. Reicht das, wenn wir einfach nur bei dir erscheinen? So, jetzt wird es interessant. Ich töte den, wenn der das macht, ey. Ich töte den. Hier waren wir schon mal. Ja. Jetzt stell dir mal vor, wir könnten uns nicht porten, ey. Wie lange wir bräuchten, bis wir wieder hier weg sind, ey. Dahin ist Eisen noch. Ey, Minecraft, du verdammte Sucht, die Seuche, ey. Ich sag dir, ich könnte jetzt auch noch vier Stunden weitermachen. Ich hätte da auch kein Problem mit. Aber daher, dass ja wir nicht alle so alt sind und auch teilweise den Schlaf benötigt werden, müssen wir leider gleich um halb zwölf oder halb elf, hat man gesagt, ne? Fadolin? Ja. Leider das beenden. Und wir werden auf jeden Fall noch eine weitere Aufnahmesession machen. Ich denke mal nächste Woche oder sowas, wenn ihr Zeit habt. Vielleicht sogar diese Woche. Mal gucken. Ja. Mir macht das so richtig Spaß. Ja, diese Woche. Wir haben jetzt heute, haben wir Mittwoch, ne? Ja. Ja, das Problem ist, ich kann nicht immer das Wohnzimmer belagern, Leute. Dann sagt mir meine Frau was anderes. Die will ja auch ihre Sachen gucken und so. Boah, so ein bisschen möchte ich ja noch. Lass uns mal da rüber, wo der Creeper ist. Erstmal nehme ich das Eisen nicht hier mit. Nicht mit? Ja. Das ist nämlich Lava. Oder will ich nicht hin? Ich meine, jeder Minecraft-Spieler kennt hat traumatische Erfahrungen mit Creepern. Oh. Ja. Alles, was ich gerade gemerkt habe. So, tot. Ey! Du bist wieder aus der verdammten... Oh, der ist tot. Ich habe gerade was gemerkt. Ich habe kein Essen mehr. Ich habe noch. Zack, jetzt bin ich wieder voll. Und hier ist Redstone. Viel wichtiger wäre eigentlich mal Diamanten. Ich werfe ja meine Augen schon an. Warte, du kannst die anmachen? Ja, sicher. Klick Augen an. Klick Augen an. Weißt du, Leute, wisst ihr, was ich auch mal Lust hätte? Dark Sports-LPen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Bei Saturn kostet das 50 Euro. Bei Steam kostet das 50 Euro. Boah, jetzt ist hier aber mal eine Zombie-Versammlung. Hey, geh weg mit deinem Knockback. Ich glaube, wir begeben uns jetzt wieder mal zu dem Fado. Weil sonst wird das hier gleich auch zu langweilig für die Zugucker. Wobei, das ist ja Minecraft, ne? Ich meine... Ja. Oh. Oh, ich will hier aber weiter. Ich auch. Hier ist nämlich alles von der Redstone. Das nehmen wir noch mit. Viel wichtiger ist, hier ist eine riesengroße Halle und ich suche Diamanten. Ja, Gold sehe ich überall, aber kein Diamanten. Da war auch noch Eisen, aber scheiß von auf Eisen. Lapis? Ja, ich habe keine Spitzhacke mehr. Ja, ich habe auch nur noch eine halbe Eisen. Mhm. Spitzhacke, ja. Ich glaube, wir müssen sowieso. Oder ich meine, ich hätte ja noch genug Eisen alles dabei, um noch neue zu craften. Ich hätte auch noch Diamanten dabei. Screeper! Was? Hier, Schie, pass auf. Woher? Da, wo du jetzt stehst. Die Mauer direkt hier gegenüber. Da ist einer, ja. Nicht mehr. Das tönt zwar nicht mehr. Er ist von uns gegangen. Hat's gemacht. Aber Jay lebt diesmal noch. Ein Wunder. Oh, Jay, du musst aufsammeln. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Jetzt müssen wir definitiv los. Komm hier. Was habe ich da getroffen? So, ich mache mal hier unten in der Höhle einen Wegpunkt. Leute. Mhm. C. Und den nennen wir in der Höhle. Warte mal. Höhle. Mit 16 Ö oder was? Nee, mit drei Ö.